Und ich werde jetzt gleich mal die Mini 2 wieder starten, denn ich möchte die Quickshot-Programmenüs ausprobieren. Ja hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass Sie dir mein Video erneut anschauen. Heute bin ich rausgegangen, hier bei uns auf dem Hafen an der Mausseeküste. Ich bin heute hier wieder draußen an der Mausseeküste und ich werde jetzt gleich mal die Mini 2 wieder starten, denn ich möchte die Quickshot-Programmenüs ausprobieren. Ja, ich befinde mich hier wieder mit der Mini 2 direkt in der Klimaschörner Bucht in Kurzhafen. Als Hauptkamera benutze ich die Pocket 2. Wie seht ihr da vorne? Ich werde mal versuchen, mit der Mini 2 ein bisschen auf Pocket 2 zu fliegen. Ich kann die in der Aufnahme das auch schon mal anrufen. So ist ja etwas stärker hier. Aber trotzdem hatte ich mich gefreut, dass das Wetter ein bisschen aufgeklaget hat, weil nämlich die ganze Zeit vorher, ich hatte mir den Weg, ich konnte keine Boxen machen. Und was schade ist, vielleicht doch noch so viel Platz gewollt mit der Mini 2 und auch mit der Boxen 2. So, jetzt habt ihr mich da auch noch mal ein Bild. Ich werde dann gleich mal mit der Mini 2 ein bisschen weiter wegfliegen. Dann alles gut, ich weiß was mehr. Und dann will die Zuschauer, ich weiß Bescheid, ich weiß nicht was mehr, da ist die Steuerung. Und dann ist die Steuerung. Wie gesagt, in letzter Zeit bin ich nicht wie geflogen, weil das Wetter so schlecht war. Ich dachte irgendwie, das müsste man der kleinen Mini dann doch nicht anschauen. Aber so geht das dann schon. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen. Hier ist ja so wie ich bin. So, jetzt kann ich mich nicht mehr machen. Dann gehen wir dort ja. Ich habe dann auch noch aufgeregt. Hier ist's einfach nicht mehr aufgeregt. Nicht das Äpfung war. Da geht es nicht mehr. Da geht's. Da geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte das mal auf der Rocket zu zeigen. Das befindet sich halt hier, dass wir da die Quick Shop Muddys haben. Jetzt klicke ich das an. Und was haben wir dann da alles? Wir haben Joni, Rocket, Preise und Helix. Also weiter runter. Doch, es gibt noch mehr. Und wo wir rein? Wir werden die jetzt alle mal nacheinander ausprobieren. Als erstes nehmen wir mal Joni. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da oder schreibt auch einen kleinen Kommentar rein. Da freue ich mich immer drüber, das wisst ihr ja. Und ansonsten bleibt alle gesund. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Und bis jetzt, ich hoffe, dass ihr Spaß beim Schauen habt. Also falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder einen kleinen Kommentar. freut mich immer sehr ansonsten wir uns wünschen dass ihr gesund bleiben könnt